Fotolehrgang 2023 Teil 2 Bildkomposition durch Perspektive, Bildschnitt, Farben und Formen. Ich nenne das immer Schule des Sehens, dass die Teilnehmer einmal nur eine Aufgabe haben, dass sie Formen suchen, zum Beispiel Dreiecke, Quadrate, Rechtecke oder auch Kreise und sie suchen dann eine gewisse Zeit nur diese geometrischen Elemente. Danach können sie sich dann ein wenig konzentrieren auf die Farben, sprich Farbharmonie oder auch Dissonanzen zu zeigen und zum Schluss widmen wir uns dann noch der Perspektive und der Position, wo wir als Fotografen stehen, wo das Motiv ist. Man muss auch viel herumgehen und letztendlich schauen wir dann noch, ob der Bildschnitt auch passt im goldenen Schnitt. Wenn das alles passt, dann sprechen wir von einer gelungenen Bildkomposition und genau das sollten unsere Teilnehmer letzten Samstag im Fotolehrgang lernen. Hallo liebe Fotofreunde, in Modul 2 vom Fotolehrgang in den Blumengärten hier stetten, haben wir uns beschäftigt mit der Bildkomposition. Sprich, wir haben uns die Perspektiven angeschaut, wir haben unseren Standort gewählt oder verändert, wir haben die Motive umkreist, um den besten Blickwinkel zu finden, wir haben mit dem Zumobjektiv gearbeitet, um etwas näher heranzuholen oder weiter wegzugeben. Und so ist es dann möglich, dass man auch mit dem goldenen Schnitt arbeitet. Als Aufgabe haben die Teilnehmer dann letztendlich auch so Übungen gemacht, wie zum Beispiel nur Dreiecke oder nur einen Kreis zu fotografieren oder nur ein Quadrat oder nur ein Rechteck. Natürlich haben wir uns auch beschäftigt mit Querformat oder Hochformat und natürlich die Harmonie oder Dynamik, die sich dahinter versteckt, beziehungsweise haben wir natürlich auch geschaut, wie die Farben sind, ob sie harmonisch sind, ob sie komplementär sind und wie dann die Wirkung für den Betrachter aussehen kann. Es ist noch immer möglich, dass du einsteigst in den Fotolehrgang, vor allem dann, wenn du nicht ein kompletter Anfänger bist. Nächste Woche ist zum Beispiel das Thema Fotorecht, Fotostory und Fotoreportage. Und weitere Themen findest du bei uns auf der Homepage unter mitzarowski.com, findest du eigentlich alle Termine und alle Themen. Und jetzt möchte ich dich ein bisschen verführen in die Blumengärten hier Stetten, schauen, was die Teilnehmer gesehen haben und was du dir jetzt anschauen kannst. Wenn dir das Ganze gefällt, dann freut es mich, wenn du mir einen Daumen gibst und dass du natürlich unten abonnierst, Glöcke nicht vergisst und nichts mehr versäumst. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.